Ja, jetzt kommt die Bitte um Mithilfe. Ich möchte euch bitten, mir Informationen zukommen zu lassen, wo hier in Nordhessen, Südniedersachsen, Ostwestfalen, ja, das ist so für mich das noch Erreißbare, wo es da Regionen gibt, die es geschafft haben, ohne Funkmasten und ohne Pestizide auszukommen. Das können Projekte sein, das können Gemeinden sein, Städte sein, wo es vielleicht sogar Permakultur gibt, die ich mir angucken kann. Das wäre mir sehr wichtig und vielleicht könnt ihr mir noch Orte, Städte, Menschen, Gemeinden, Gemeinschaften oder willige Menschen, die auch suchen, mit mir verknüpfen oder benennen, ja, die genau das Gleiche suchen und wollen. Ich habe da sowas vor. Ich möchte da wieder verknüpfen, vernetzen, vielleicht auch eine Radiosendung drüber machen. Helft ihr mir dabei? Ich fände es toll. Ja, die alte Frau sagt Tschüss, weil bei mir ist gleich Mittagsschläfchen angesagt und auch noch ein ganz klein bisschen Sonne ohne Chemtrails heute, noch ohne Pestizide und ja, ich bekomme noch zwei sehr liebe Skype-Anrufe, weil ich mich über einen besonders freue. Ja, meldet euch. Dankeschön. Tschüss. Uiuiui, ich finde den Knopf mal wieder nicht. Du musst doch erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit dem kleinen, mit der kleinen Kurbel dann nach oben drehen. Uiuiui, Besuch. Oje, der Plan ist wieder durcheinander. Also nochmal Tschüss. Uiui. Untertitelung des ZDF, 2020